Das hier ist Professor Ten Hermsen, der Atomphysiker, einer der besten der Welt. Er baut Raketen für Arabien. Erfahren Sie, wie weiter ist und zerstören Sie sie. Meine Gesellschaft sucht dringend Leute wie Sie, die ihre Arbeit verstehen. Und zwar für Drüben. Drüben? Wo ist das? In Arabien. Arabien? Das ist doch Afrika. Oh nein, das ist mir zu weit und zu heiß. Danke. Aber dafür wird Ihr Gehalt auch entsprechend sein. Sie sollen uns sofort Fotos von den Hyksos-Plänen beschaffen. Sie müssen noch heute Nacht in das Gebäude eindringen. Diese beiden sind mein ganzer Stolz. Ist das nicht ein erhebender Anblick, meine Hyksos? Wirklich fantastisch. Wir arabischen Patrioten hassen Diktatoren. Ich bin Amerikaner. Wir hassen auch die Amerikaner. Wir haben die Amerikaner. Bis zum nächsten Mal.